Wow, stopp, 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 oh, Alter. Krass verfallt da, ey. Rausstationen. Ja. Äh, ja. Wir sind gleich da. Rausstationen, willkommen. Ankunft in einer Minute. Will ich mich überhaupt noch bewegen? Ich wollte eigentlich zu dieser Raumstation. Dann ist auch gleichzeitig ein neuer Planet. Dann gucken wir uns da glatt mal an. Mann, bestimmt schon, das war der völlig falsch. C. Was ist denn jetzt passiert? Ein Gegensignal. Signalübertragung entdeckt. Äh, ja, und nun? Warte mal, warte mal, warte mal. Muss ja erstmal gucken, warte mal. Signalübertragung scannen. Impulsantrieb auf mein Linksbremse-Muster. Ich hab jetzt eine Signalübertragung. Irgendwo gehabt. So wie es ausschaut. Ich hab keine Ahnung. Ich hab echt keine Ahnung. Wie funktioniert denn das? So, warte mal. Hier, irgendwo, irgendwo hier war dort. Da. Irgendwas ist das. Ankunft, drei Stunden. Signal. Unentdeckt. Was denn? Juhu. 30 Sekunden sind wir da. Das ist ein Signal, da wollen wir hin. Das erste Signal, liebe Leute. Das erste Signal. Was Signalübertragung entdeckt. Da gehen wir jetzt auch hin. Gehen wir jetzt zum Signal. 20 Sekunden. 10 Sekunden. Schneller. Schneller. Okay, das sind die Booster. Okay. Wir tauchen anscheinend jetzt erstmal in die Atmosphäre ein. Wir stellen uns schon mal richtig. Das finde ich ja cool. Das ist automatisch wenigstens, der richtig automatisch stellt. Und man ist auch langsamer in die Atmosphäre. Das finde ich auch gut. Photon, äh, Photon, Photonkanonen aktiviert. Captain. Okay, wir sind jetzt, anscheinend ist es ein sehr toxischer Planet hier, oder? Ich weiß es nicht. Das ist irgendwas. Irgendwas. Mhm. Okay. Dann sind wir ganz eingeleitet. Blau, Wächter, nichts exaktieren. Von dir entdeckt. Okay. Okay, okay. Yo. Wie sehen überhaupt die Schiffs-Sachen alles aus? Hier, das ist alles in Ordnung. So geht's auch mal gut. Oh, die Lebenshaltungssysteme sind irgendwie nicht so pralle. Aber 14 Grad. Stabile 14 Grad. Das ist ja schon mal gut. Der Exo-Amband-Zug gefällt mir nicht so. So. Schauen wir noch mal, was mir noch so geht. Gucken wir uns noch mal das Signal da hinten an. Okay, jetzt sind wir umgebungsscannen. Wir müssen wieder Shit insammeln, damit wir hier ein kleines Klimbims kriegen. Aber hinten ist irgendwie ein Signal. Wir müssen Plutonium noch einsammeln. Wie weit ist denn die Sache? Wie weit ist denn die Reichweite von dem Laser? Iridium ist, glaube ich, gut. Es war, glaube ich, gut für den, äh, für den Antrieb. Nee, Titanium. Plutonium auch. Was war denn Iridium? Oxidelemente, Titanium Nummer 9, Plutonium. Okay. Was war doch hier? Und zwar Zink, Titanen, äh, Schildsplitter und Isotope. Hm. Äh, da hinten ist das Signal, liebe Leute. Soll ich dich lieber eine Waffe nehmen? Warum schweben hier eigentlich alle Inseln? Plutonium ist aber schon mal gut. Plutonium brauche ich nämlich. Plutonium brauche ich, um irgendwas aufzuladen. Irgendwas vom Schiff auf jeden Fall. Das ist ein Signal. Was macht das? So ein Blöder. Nichts gefunden. Faszinierende Perle. Nett. Energiekanister. Das klingt wirklich nicht schlecht. Was macht denn der? Kommt über verschiedenen Waffen und Lebenserrüsten zum Einsatz. Sorgt für effiziente Energiesparung und Inventanen und Exonen. Ich würde mit hoher Kapazität. Hm. Okay. Energieaufladungszelle. Ah, okay. Darum sind die also gut. Was können wir mit dem machen? Was geht jetzt ab? Hingehende Signale entdeckt. Was denn jetzt? Ankunft. Außenposten. Radio sind wir gegangen. In der Quelle der Lebenszeichen entdeckt. Ich muss jetzt erstmal wieder zu meinem Schiff zurück wahrscheinlich, oder? Da sind wir dann doch ein bisschen arg weit weg. Du blöde Drohne, auf mich zu beobachten. Hau dich sonst ab. Das war nicht gut. Nee, das hat mich gerade... Das hat mir gerade nicht so gut getan. Ich muss ja mal wieder... Ich muss ja mal wieder... Ich muss ja mal wieder ein Schiff... Oh Gott. Ich muss ja mal wieder ein Schiff finden. Und warum schreit hier alles rum? Das fällt mir so überhaupt nicht. Was ist das alles? Oh Gott. Hinten ist mein Schiff, oder? Ja. Hinten ist mein Schiff. Mann, ey. Verläufst du dich, obwohl das eigentlich total übersichtliche Flanier ist, verläuft man sich total. Ganz krass. Irre. Einfach nur irre. Ich habe kein Titanium. Das ist... Schade, weil ich brauche Titanium, glaube ich, für... zum Aufladen meiner Systeme. Möglicherweise. Alter. Stress mich doch nicht. Du bist da und hier. Ja, ja. Ich weiß, ich habe schon wieder zu viel gerannt. Mann. Ankunftssignal. Das ist das Signal, das ich schon entdeckt hatte? Ja. Oh Gott. Ich hatte hier gerade noch ein Signal entdeckt. Das da. Genau das. Sagen Sie kurz eingeleitet. Äh. Äh. Oh 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 Ich habe noch ein Signal Dings So ein Grammophon Dings Gemuff oder so Nix gefunden, nix gefunden, nix drin Weiß nicht was, ich habe keine Ahnung was das macht Ich bin mir da irgendwie so ein Versuch Der, ich weiß es nicht Irgendwas deckt der auf Vielleicht Jaja, noch mehr Leben Fortschrittliches Leben entdeckt Sind hier so Karten oder so? Das wäre schon hilfreich Heritium Das kann ich mir das jetzt mal Irgendwie Warum? Das kann gar nicht sein Ich habe kein Titanium, das ärgert mich Das finde ich nicht gut Das finde ich gar nicht gut Das finde ich gar nicht gut Gott sei denn gibt es hier noch Plutonium Das ist das hier das ganze Scheiß Startdünste sind nur bei 50% Das finde ich überhaupt nicht gut Hm Ich brauche jedenfalls mehr von diesem Titanium Zeug, aber ich gehe erstmal hin zum Außenposten Schaue jetzt mal ob ich hier irgendwas handeln kann oder was loswerden kann Weil ich brauche irgendwie ein Geld und muss irgendwie irgendwas finden Irgendwas finden Irgendwas finden Lebensquellen Geld Whatever Handel Zeug